Die Bitcoin-Lesestunde. Der Podcast, der dir hilft, den besten Bitcoin-Content auch von unterwegs zu genießen. Wir liefern euch Artikel, Essays und mehr im Hörformat. Präsentiert von Aprico Media. Auf dem Weg zu einem Bitcoin-Standard. Der Aufstieg zur Omnipräsenz. Aus dem Original. Moving Tour to Bitcoin-Standard von Gigi. Erschienen zur Blogzeit 699.784 auf diegigi.com. Übersetzt von Geronimo. Lektorat durch Kit. Gesprochen von Fetjo. Was für ein historischer Tag. Das erste Land hat sich, wenn auch nur teilweise, in Richtung eines Bitcoin-Standards bewegt. Über Bukeles Entscheidung, Bitcoin in El Salvador zum gesetzlichen Zahlungsmittel zu machen, kann viel gesagt werden. Ja, es ist ein Regierungsauftrag. Ja, es ist unklar, ob der LNP-BP-Stack die Last bewältigen kann. Ja, die Wolle der Regierung ist nicht das, was sie sein könnte. Und ja, der Airdrop erfordert KYC. Ja, es wird Rückschläge, FAT, Verwirrung und all das geben. Die Tatsache, dass Bitcoin nun in einem Land gesetzliches Zahlungsmittel ist, ist absolut erstaunlich. Erst gestern entdeckten einige Nerds ein System, mit dem durch das Hin- und Herschicken von Nachrichten magisches Internetgeld entsteht. Heute hat ein Land beschlossen, dieses System als Währung zu übernehmen. Mit allem drum und dran. Mir scheint, dass der Bitcoin-Standard weiterhin Schritt für Schritt, Individuum für Individuum entstehen wird. Einige dieser Personen werden CEOs von börsennotierten Unternehmen sein. Andere werden Führer von Nationen sein. Unabhängig von deinem Werdegang oder Profil werden die Schritte, die du auf deiner Bitcoin-Reise machst, ähnlich sein. Zuerst wirst du Bitcoin erwerben und halten. Nachdem du es geschafft hast, deine Bitcoin zu halten und eine Weile auf der Achterbahn mitzufahren, ich nehme mal an, du hast keine schwachen Hände, wirst du höchstwahrscheinlich feststellen, dass Bitcoin eine überlegene Spartechnologie ist. Sobald du diese Erkenntnisse erreicht hast, wirst du anfangen, Satz zu stapeln. Jetzt wird es interessant. Im Laufe der Zeit werden die Satz, die du stapelst, an Kaufkraft gewinnen, während das Fiat-Geld auf deinem Bankkonto kontinuierlich an Wert verliert. Im Laufe der Wochen, Monate und Jahre werden die meisten deiner Ersparnisse im Bitcoin angelegt sein, egal wie viele Satz du jede Woche gestapelt hast. Du wirst anfangen, deine Satz mehr und mehr wertzuschätzen, während du dein Fiat-Geld immer weniger schätzen wirst. Du wirst beginnen, in Bitcoin zu denken. Du wirst anfangen, das Potenzial von allem anderen mit den Satz zu vergleichen, die du hättest stapeln können. Du wirst die Kosten jeder einzelnen Entscheidung, die du triffst, genau prüfen. Die Kosten, etwas anderes zu tun. Die Kosten, keine Satz zu stapeln. Du wirst begreifen, was der exponentielle Monetarisierungsprozess, der vor deinen Augen abläuft, bedeutet. Die ultimativen Opportunitätskosten. Du wirst deine Zeitpräferenz senken. Du wirst die notwendige Verantwortung übernehmen, Bitcoin richtig zu nutzen. Du wirst nichts anderes als Bitcoin besitzen. Und du wirst glücklich sein. Das ist natürlich keine nachhaltige Situation. Deine Zeitpräferenz kann niedrig sein. Aber sie kann nicht unendlich niedrig sein. Du musst essen, dich kleiden und für dein Dach über dem Kopf bezahlen. Es wird Notfälle geben, in denen du dich von deinem kostbaren Satz trennen musst. Das ist in Ordnung. Schließlich ist Geld ein Mittel zum Zweck. Kein Selbstzweck. Nach einer Weile wirst du feststellen, dass es nicht viel Sinn macht, in Fiat bezahlt zu werden. Nur um das meiste davon in Bitcoin umzuwandeln. Du wirst mit deinem Arbeitgeber sprechen. Du wirst ihm sagen, hey, warum nicht Hashtag PayMeInBitcoin? Vielleicht ist er anfangs zögerlich. Aber wenn er großartig ist, wird er zugeben, dass es vernünftig ist, gute Mitarbeiter mit gutem Geld zu bezahlen. Herzlichen Glückwunsch. Du befindest dich jetzt auf einem Bitcoin-Standard. Wie wir sehen, ist der Wechsel zu einem Bitcoin-Standard ein Prozess. Es passiert nicht alles auf einmal. Es passiert nicht über Nacht. Es umfasst in der Regel die folgenden Schritte. 1. Bitcoin kaufen 2. Bitcoin halten 3. Satz stapeln 4. Bitcoin ausgeben 5. Bitcoin verdienen 6. Fiat Geld fallen lassen Die meisten Leute sind immer noch bei Punkt 1 und haben aus irgendeinem Grund einiges Satz erworben. Vermutlich um zu spekulieren und sie zu einem späteren Zeitpunkt für 4 zu verkaufen. Das Hauptnarrativ von Bitcoin steckt derzeit bei Punkt 2 fest. Bitcoin als unverfälschte Sicherheit, als digitale Immobilie oder als Inflationsschutz. Dieses Narrativ ist zwar wichtig, aber auch unvollständig. Bitcoin ist weit mehr als nur ein Gold 2.0. Die meisten Bitcoiner sind bei Punkt 3, erwirtschaften Fiat und stapeln Satz. Sie verstehen, wohin Bitcoin sich entwickelt und verwenden Bitcoin als ihre wichtigste Spartechnologie. Sie haben nicht die Absicht, jemals für Fiat Geld zu verkaufen. Sie spielen das lange Spiel. Punkt 4 und 5 ist, wo El Salvador ins Spiel kommt. Sobald Bitcoin gesetzliches Zahlungsmittel ist, wird das Verdienen und Ausgeben von Bitcoin nicht nur einfach, sondern natürlich. Ja, Bitcoin ist immer noch volatiler als die meisten Fiat-Währungen. Dies wird sich jedoch im Laufe der Zeit ändern, wenn die Akzeptanz von Bitcoin zunimmt. Und um ehrlich zu sein, sind viele Fiat-Währungen nach unten hin so volatil, dass sich die meisten Bitcoiner mit Bitcoin als Rechnungseinheit wohler fühlen, so volatil es auch nach oben hin sein mag. Nur sehr wenige Leute sind bei Schritt 6 und haben sich vollständig aus dem Fiat-System verabschiedet. Unweigerlich ist das die Richtung, in die sich die Dinge entwickeln. Bitcoin und Fiat Geld stehen in direkter Konkurrenz zueinander, da monetäre Netzwerke singuläre Netzwerke sind. Man kann keine einzelnen Werteinheiten in zwei Dingen gleichzeitig speichern. Man muss sich entscheiden. Spare ich in Bitcoin oder spare ich in etwas anderem? Kommunikationsnetzwerke verfügen beispielsweise nicht über diese Eigenschaften. Ich kann dir dieselbe Nachricht über WhatsApp, Signal oder per E-Mail senden. Obwohl sie miteinander konkurrieren, schließt die Nutzung des einen die Nutzung des anderen nicht aus. Bei Geld ist das anders. Für jede Transaktion musst du eine Entscheidung treffen. Auch für Transaktionen mit deinem zukünftigen Ich, was wir gemeinhin Sparen nennen. Punkt 6 ist, worauf es schließlich ankommt. Punkt 6 ist der Schritt, an dem es unvermeidlich zu Konflikten mit dem alten System kommen wird. Punkt 6 ist das unvermeidliche Ergebnis der Entfestung von Bitcoin auf der Welt. Eine Kreislaufwirtschaft von 21 Millionen Satz, die gegen Waren und Dienstleistungen getauscht werden. Nahtlos, grenzenlos, endgültig, sofort und reibungslos. Ich nenne diese Stufe, Stufe O. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du die Übersetzer und Sprecher der Artikel unterstützen willst oder dich für Bücher zum Thema Bitcoin interessierst, schau vorbei auf www.aprico.media.